Hallo, Frau Geh! Ich bin einfach runter von der Seele. Jetzt war ich jetzt um 30 Grad hin. Da hat sich leider ein Spuren. Ja, wenn ich zwei Personen kommen würde, nicht? Ich bin einfach von Liede für die Berndelang. Ich hole noch ein Liedebier. Scheisszeichen. Ist der Schildverscheid? Ist der Schildverscheid? Ist die Scheisszeichen? Ja, das ist ein Scheisszeichen. Dann warten wir uns ein bisschen verzeihlich. Dann holen wir uns mal, ob es nicht mehr ist. Ich will mich auf die Trägerseite rausziehen. Ja, das ist so. Ich weiß nicht, ob ich die Träger rausziehen kann. Ich habe die Träger. Ich muss die Träger raus in die Gitter machen. Ich muss die Träger raus. Ich muss noch etwas herunterschmeißen. Dann wird das gleiche Träger rausziehen. ARD Text im Auftrag von Funk Die Bandscheiben ist ja das Gefühl, dass die Bandscheiben so hoch ist und der kann die Bandscheiben ausnehmen. Wenn es freitzt bei mir und bei mir, Bandscheiben ist es auch nicht so gut, dass die Bandscheiben vorbeifacht. Die Bandscheiben ist ja auch nicht so gut, dass die Bandscheiben vorbeifacht. Die Bandscheiben ist ja auch nicht so gut, dass die Bandscheiben vorbeifacht. Die Bandscheiben ist ja auch nicht so gut, dass die Bandscheiben vorbeifacht. Das ist ja auch nicht so gut, dass die Bandscheiben vorbeifacht. Das ist ja auch nicht so gut, dass die Bandscheiben vorbeifacht.